Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zu Birgit's Musikstunde. In einem kleinen Kurs möchte ich euch heute die Barcarola spielen lernen. Barcarola heißt Wiegenlied, es ist ein kleines Liedchen im Dreivierteltakt. Die rechte Hand hat zwei Tonakkorde, C, G oder H, G. Die linke Hand hat nur fünf verschiedene Töne, C, D, E, F, G. Ich spiele es euch einmal vor. Wenn ihr es euch anhören wollt oder schon gleich mitspielen wollt, dann kommt ihr an die Tasten.